Ja hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einem spontanen Giveaway Video. Demnächst stehen ja die Adventssonntage auf dem Programm und da habe ich gesagt, da gibt es immer so eine Kleinigkeit, da werde ich immer am Freitagabend ein kleines Giveaway Video freischalten, lassen wir dann immer Freitagabend bis Sonntagabend laufen und als letzter Clip in meinem wöchentlichen Vlog-Rückblick mache ich dann geschwind die Verlosung an den vier Adventssonntagen, um das Ganze jetzt hier zu üben, ob das alles funktioniert mit mir und mit euch, habe ich gedacht, machen wir hier einen kleinen Test und ich habe noch, wer Bock drauf hat, einen, oh, ich habe noch ein Glühwein für dich. Oh, ein Glühwein. Der erste selbstgemachte Glühwein des Jahres, wunderbar, in dieser schönen Weihnachtstasse, coole Sache. Ich habe noch einen 20 Euro Gutschein von unterwegs.biz. Und wer Bock hat, da ein bisschen shoppen zu gehen und scharf ist auf diesen 20 Euro Gutschein, macht hier mit, schreibt einen Kommentar drunter und unter allen wird er voll los. Mitmachen können wir natürlich alle, auch egal wo auf der Welt, das Ding ist hier international, denn ich werde nicht diesen Gutschein verschicken müssen, denn da drin ist eine Gutscheinnummer, das fotografiere ich euch einfach ab und schicke es euch per E-Mail. Deshalb kann heute auch mal mitmachen, wer Lust hat, egal woher ihr kommt, egal wie alt ihr seid und so weiter und so fort. Wer gezogen wird, kriegt eine Mail von mir mit dem Gutscheincode über die 20 Euro und könnte dann hier ein bisschen einkaufen gehen bei dem Laden. Also da müsst ihr nicht hinfahren, die haben ja auch eine Website, wo man so shoppen kann, unterwegs.biz, aber kann ich dann alles in die E-Mail mit reinschreiben, komm, ich habe da keinen Scheiß erzählt. Ja genau, 20 Euro, Gutscheinnummer, passt, gültig bis 23.05.2017, also ihr habt noch ein bisschen Zeit, ihr müsst nicht auf Weihnachten kaufen, aber demnächst ist Weihnachten, da kann man natürlich was mit shoppen. Okay Leute, kleiner Test, geht sofort los, macht einen schönen Kommentar drunter, vielleicht was Weihnachtliches, aber ist mir egal. Und Sonntagabend im Wochen-Vlog-Rückblick-Video werden wir hier dann noch schnell einen Gewinner ziehen. Und wenn das dann alles so funktioniert, ja, so wie ich mir das vorstelle, dann werden wir das auch machen dann an den jeweiligen Adventssonntagen. Freitagabend, kurzer Clip, ich habe so noch so ein paar bisschen Gier in meiner Kiste drin, und dann werden wir an den vier Adventssonntagen so ein bisschen Gier raushauen, damit sie, es gibt dieses Jahr kein Hilfige-Kalender, aber immerhin so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe mir da auf das Jahr schon viel gemacht und jetzt nur so 3, 4, 5, 6 Kleinigkeiten so bis Ende des Jahres. Ist nicht ganz so viel Action und stressig wie dieser Adventskalender. Okay Leute, dann sage ich schon mal Danke für das Reize-Werten-Kommentieren, viel Spaß, ne, wer Bock hat, 20 Euro Einkaufs-Gutschein unterwegs.witz, jetzt hier Kommentare lassen und vielleicht gewinnen am Sonntagabend im Vlog. Also Leute, ciao, macht's gut und ich genieße jetzt hier mein, oh, gut, aus guten Zutaten, ne, wir brauchen guten Wein, kein Fussel oder irgend sowas. Haben wir ja schön noch ein Dornfelder, war das glaube ich, aus der, aus der Pfalz, und dann schöne Sternanis, Nelken, äh, Orangen, ne Zimtstange, ne, schön ein bisschen, äh, heiß machen, also, lasst euch schmecken, macht euch auch einen schönen, leckeren Tee oder auch ein Glühweinchen, ne.